Als Autor, Blogger und Strategieberater mit den Schwerpunkten Internet und Markenkommunikation hat sich Sascha Lobo auch international einen Namen gemacht. Seit Jahren prägt er als Experte die Diskussion, welche Auswirkungen das Internet auf Gesellschaft, Wirtschaft, Politik und Kultur hat. Als Gast des siebten Sparda-Bank-Presselunch sprach Sascha Lobo über die Potenziale der Genossenschaft im digitalen Zeitalter. Es ist sehr spannend zu sehen, dass bei der gegenwärtigen Entwicklung der digitalen Ökonomie immer deutlicher wird, dass man neue Modelle braucht, um diese wirtschaftlichen Umwälzungen richtig zu bewältigen. Und große Überraschung, manchmal sind diese neuen Modelle ganz alte Modelle und da tauchen genossenschaftliche oder genossenschaftsähnliche Konstruktionen überall auf der Welt auf. Derzeit werden soziale Netzwerke in unserer Gesellschaft noch als Informations- und Kommunikationsmedien verstanden. Doch in naher Zukunft werden auch bei Konsum- und Finanztransaktionen Social-Media-Kanäle wie WhatsApp und Facebook immer wichtiger. Facebook hat schon im April 2014 eine Banklizenz für ganz Europa beantragt. WeChat in China und auch WhatsApp in den Vereinigten Staaten gehen ebenso mit sieben Meilenstiefeln in Richtung von finanziellen Transaktionen. Wir sehen also, dass soziale Netzwerke auf breiter Fläche in Richtung Finanzwirtschaft gehen. Und damit müssen sich beide Ebenen beschäftigen. Auch wenn die digitale Landschaft durch die bekannten Big Player besetzt und aufgeteilt scheint, werden sich diese Märkte in Zukunft rasant weiterentwickeln. Dennoch steht in allen digitalen Netzwerken die persönliche und nicht selten auch regionale Verbindung im Vordergrund. Der persönliche Kontakt bleibt weiterhin essentiell. Er bekommt sozusagen eine Art Turbolader durch die digitale Vernetzung. Was heißt das? Natürlich finden in ganz vielen Bereichen nicht mehr so viele Kontakte statt. Aber gerade da, wo es darauf ankommt, ist der persönliche Kontakt wertvoller als je zuvor. Der technische Fortschritt und der damit einhergehende Wandel in der Kommunikation ist sowohl Herausforderung als auch eine große Chance für die Beziehung zwischen Unternehmen und deren Kunden. Auch Stefan Schindler von der Sparda Bank stellt sich diese Herausforderung und sieht neue Chancen im Dialog zwischen den Genossenschaftsmitgliedern der Sparda Community. Für uns als Genossenschaftsbank steht natürlich der genossenschaftliche Förderauftrag für unsere Mitglieder im Zentrum unseres Tuns. Und wir sehen in den neuen digitalen Technologien, auch speziell im Internet, letztendlich ein Hilfsmittel, das uns ermöglicht, die persönlichen Beziehungen zu unseren Mitgliedern zu pflegen. Das bewährte Motto Think Global, Act Local, also im globalen Sinn zu denken, aber auf lokaler Ebene zu handeln, ist damit aktueller denn je. Ja, uns bietet das Internet neue Chancen, denn es ermöglicht uns einmal den Dialog mit unseren Mitgliedern der genossenschaftlichen Community und natürlich können wir auch unsere Beratung und unseren exzellenten Service in einer völligen, neuen, ja zeitlichen und auch räumlichen Dimensionen anbieten. Ja, und unsere genossenschaftlichen Werte, Fairness, regionale Verbundenheit und Transparenz haben gerade oder auch wieder in der voll digitalen Zukunft und vernetzten Welt, denke ich mal, ihre Bestand und ihre Zukunftsberechtigung. Im Zeitalter der fortschreitenden Globalisierung wird die Besinnung auf die klassischen Werte und lokalen Wurzeln immer wichtiger. Hierzu geben die Vorträge im Rahmen des etablierten jährlichen Sparda Presselunch eine hervorragende Orientierung und Hilfestellung.